Mein Name ist Jonas Oppenländer. Ich bin seit 2016 als Sporttherapeut im Therapiezentrum in Bagnan. Mein Bereich ist die medizinische Trainingstherapie. Ich betreue meine Patienten und meine Kunden in unserem hellen, großzügigen Trainingsraum an unseren Reha-Geräten. Die individuelle Betreuung meiner Patienten liegt mir dabei besonders am Herzen. Besonderen Spaß macht mir die Arbeit in unserem Superteam, Hand in Hand mit den Kollegen der Physiotherapie und der Ergotherapie zum Wohle unserer Patienten. Bis zum nächsten Mal.